Was ist denn, wenn ich eine Farbe suche, die hier gar nicht auftaucht? Ich habe hier nur Standardfarben. Dann muss ich hergehen und muss sagen, bearbeiten Farben. Und hier kann ich sagen, neu. Und hier nenne ich es mal eigene Farbe. Hier kann ich dann sagen, einmal diesen Farbmodus. Hier sollte immer CMYK ausgewählt sein. Das sind die Druckfarben. Hier Rot, Grün, Blau. Das sind die Bildschirmfarben. Und wir wollen ja beim Ausdruck möglichst realitätsnah an die Bildschirmfarbe hinkommen. Also wählen wir hier diesen CMYK, also Zyron, Magenta, Yellow und Schwarz, Wert aus. Und hier kann man jetzt entsprechend eine Farbe raussuchen. Was haben wir denn hier alles? Zum Beispiel Open Office. Das sind schon Farben vordefiniert. Da kann man sich eine aussuchen. Und die kann man natürlich auch noch entsprechend ändern, indem man den Rot, Grün und Blau Wert hier entsprechend verändert. Jetzt haben wir hier so ein dunkles Rot oder hier ein total helles Gelb. Knallig Gelb. Und hier habe ich die entsprechende Farbvorschau. Wenn ich hier sage OK, dann habe ich hier die eigene Farbe und die müsste jetzt hier bei Farben hier unten genau hier entsprechend auftauchen.